Hallo liebe Freunde, bevor wir loslegen, will ich mich an dieser Stelle bei unseren Abonnenten, Zuschauern und unseren YouTube-Kollegen bedanken, die mich mit ihren Besserungsglückwünschen sehr gerührt haben. Ich hoffe, wir können eure Erwartungen auch weiterhin gerecht bleiben. Jetzt zur eigentlichen Ankündigung. Unser Uploadplan hat sich etwas geändert. Montag starten wir wie gehabt mit The Evil Within. Dienstag geht es dann weiter mit So Many Me. Mittwoch gibt es jetzt Wayman im Doppelpack mit dem dynamischsten Geschwister-Duo auf YouTube. Donnerstag gehen Fidos Abenteuer in So Many Me weiter. Freitag kommt der Wahnsinn in Form von The Evil Within nochmal zu euch. Und Samstag erleben wir Doppelfolgen zu Final Fantasy Type-O. Sonntag ist ein Ruhetag, an dem, wenn vorhanden, andere Videos wie Trailer, Ankündigungen etc. hochgeladen werden. Was hat sich jetzt genau geändert? Erstmal bin ich wieder dabei. War ja aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit ausgefallen. Ein paar der kommenden Aufnahmen stammen aus diesem Zeitraum. Da werdet ihr es, denke ich, merken. Eine Neuerung ist, dass wir jetzt Videos in 1080p hochladen. Der Ton ist immer noch scheiße, aber das kriegen wir noch in den Griff. Wir bekommen im Laufe der nächsten Woche ein neues Kanal- und Profilbild, einen Kanal-Trailer und wir starten mit den ersten Let's Plays auf der Playstation. Playstation. Erik startet bald sein eigenes Let's Play mit seiner eigenen Ausrüstung, Warhammer 40k Kill Team, ein kleiner Arcade-2-Stick-Shooter auf der Xbox 360. Ja, wir wünschen euch noch weiterhin gute Unterhaltung bei uns. Zum Schluss noch eine Anmerkung von mir. Es ist schön, wieder da zu sein.